Wer ist dieser Torres? Und was hat der Mann getan, um den Tod zu verdienen? Er ist ein Templer. Die Rogers und Tornigo. Männer, die Pläne schmieden, wie sie das Observatorium missbrauchen kann. Für Macht und Kontrolle. Die Gewalt, die er damit ausüben würde, wäre subtil, aber schwerwiegend. Tödlich. Und doch spurenlos. Ergibt das einen Sinn? Weh, wenn es eine Dürre gibt und die Menschen Durst bleiben. Und ein Mann hat ein großes Fass Wasser und heilt es nicht. Er wäre ein Mörder ohne Blut an den Händen. Genau. Ja, genau so. Ich verstehe. Na, dann wollen wir mal. Warte, das ist etwas schattig hier, nicht wahr? Ah, jetzt haben wir es. Zuerpass ab. Ja, was ist denn du möglich? Das ist verarschend. Ist die Herstellung verfügbar und dann geht es dort hin? Das ist nicht verstanden. Ich hätte Soldaten und dergleichen erwartet. Vielleicht sind sie schon fort? Nein, sie sind hier. Irgendwo im Dschungel. Im Dschungel. Hä? Kommt die Kirsche nicht mit? Das ist ein Schlau, das ist ein Schlau. Wie ist das? Vierst du nicht? Das ist ein Schlau. Das ist ein Schlau. Das ist ein Schlau. Ich habe das Schlau. Oh, das läuft. Das macht's nicht nur. Das macht's nicht nur. Das macht's nicht nur. Ach, da kämpft gerade nicht. Das macht's nicht nur. Das macht's nicht nur. Jetzt ne mal. Das macht's nicht nur. 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 Was sind nur. Das ist Ihr funeral! Por favor! Por favor! Está aquí! Es pirata! Está aquí! Perdona! Ah! 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 So wie soll ich jetzt wissen, wie ich da drüber komme, ohne daneben zu fallen? So wie soll ich das? 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 Ich habe ihn nicht verletzt! Er ist hier! Er ist hier! Er ist hier! Da sprengt er so ganz geschmeidig rüber! Boah! Alter! Äh... Ich bin auf der Plattform von Schalt! Ich bin auf der Plattform von Schalt! Porfavor! 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 No me abaste! Esta aqui! Es pirata esta aqui! Perdoname! Porfavor! Halt die Schnauze! Ja, von die Euro! Aber die Schnauze! Acht! Das ist hier! Wir müssen jetzt noch nicht mehr! Boah, wir haben es unglaublicherweise geschafft. ¡Un hombre muerto! ¡No te acerques a eso! ¡No te acerques a eso! ¡No te acerques a eso! ¡Hemos activado algo! ¡Registradlo todo! ¡Hay que parar esta locura! ¡Ese viejo conseguirá que nos maten a todos! ¡Te castigarán por esto, cobarde! ¿Quién me va a castigar? ¿Un hombre muerto? ¡No! ¡No es no menos! ¡No! 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 Nein, was war das? Kommt das her? Also da kommt ne Säule, das muss ich erreichen. Was ist das? So, wie komm ich jetzt an die Säule rein? Ah, ich muss da drüben. Ah, ich glaube, ich hab verstanden. Ich bin hier, mach ihn. Ah! Ah, das ist das auch nicht. Das ist das böse Projekt so verdammt. Das kostet nerven. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich habe den Schraubvorstein. Ach du Scheiße. 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 Wir hätten uns zusammentun können, Edward. Wir hätten die Macht übernehmen können und all diese mickrigen Reiche in die Knie gezwungen. Es steckt so viel Potenzial. Es gibt so viel Potenzial, was ich dir zeigen könnte. Mysterien, die deine kühnsten Vorstellungen beschreiten. Ich bin tot. Kapitän Kenway. Immerzu ein Dorn in meinem Auge. Erfüllt dich dieser Mord mit Stolz? Ich habe nur ein Werkvollende, Torres. Wie du es auch getan hättest. Wie ich es getan habe, denke ich. Dir ist keine Familie geblieben, keine Freunde, keine Zukunft. Deine Verluste sind weit größer als unsere. Das mag sein. Aber dein Tod macht ein größeres Übelwetter, als ich selbst je beging. Und daran glaubst du verhaftig? Ihr wolltet die ganze Menschheit einsperren in einen watteweichen Käfig. Warm und sicher. Jedoch taub und abgestumpft. Jeder Seele beraubt. Also ja. Nach alledem, was ich in den letzten Jahren sah, glaube ich fest daran. Ihr tragt eure Überzeugung gut. Sie steht euch. Thoris hat etwas Böses erweckt. Sind wir sicher? Da wir den Apparat haben, glaube ich schon. Wie nennt ihr diesen Ort? Käpt'n Kenways Torholt! Wir versiegeln den Ort und werfen den Schlüssel weg. Bis ein anderer Weiser erscheint, bleibt die Tür verschlossen. Wir waren Gefäße, als ich zuletzt hier war. Voll mit dem Blut früherer Menschen, sagte Roberts. Doch, sonst sind sie fort. Dann liegt es an uns, sie zurückzuholen. Bevor die Tempter davon hinbekommen. Dabei könntet ihr uns helfen. Werde ich. Aber... Erst, wenn ich daheim alles in Ordnung gebracht habe. Das kam letzte Woche. Immerzu ein Drogen beendet. Drogen beendet. Drogen beendet. Drogen beendet. Drogen beendet. Drogen beendet.